der dennis hallo nabend danke für deinen hoes kloppen na aber da hast du den fein ist jetzt riebe also noch mal einen ausflug ich werde bei der richtung alten bays okay bitte meinst du dass ich so viel rum dass ich das lohnt da liegen auf jeden fall noch spinnenpferden ich meine hätten wir auch ambrosia da ja das auf jeden fall die waren auf jeden fall da ja die haben wir da gelassen deswegen ja da konnten wir auch noch nichts damit anfangen wir können woanders lang gehen und dann nehmen wir die spinnen mit die draußen so rumlaufen auf dem rückweg gehen wir bei der spinnhöhle vorbei gehen rein und sammeln da noch auf dem boden die spinnenpferden da auf das geht gut und da sterben genau soja schnellreisesystem ja gut dann gehe ich schon mal zum fahrstuhl fahrstuhl ach da hinten ja stimmt wir rennen wir rennen wir rennen kreuz und kühlen auch so ganz gut wenn man überladen ist da ist man auch nicht wirklich langsamer wird sie alten rüstungen ja alle repariert damit hat die nichts mehr zu meckern hat irgendwann meckert dann wieder einer kaputt allein um ganz rüstung heiler die braucht auch keiner mehr aus dem materialverschwendung hat ein bisschen gestreamt das habe ich mir gedacht sonst hättest du wahrscheinlich nicht hier hostet dennis wie das macht man nur wenn man streben ne ja zumindest wenn da mehr als ein viewer steht und was macht man wenn man gestreamt hat und nur ein viewer hatte dann kann man das ja nicht unterscheiden hallo 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 der nächste fahrstuhl ist schon da den habe ich eben gerufen ja kein problem zu viel drauf ist er gerade weggepackt janik hat jetzt auch noch einen zuschauer mitbrach zusammen sind es schon zwei mehr als einer der umstand sagt dass noch einer hast du jetzt nicht auf helge gewartet der hände glühen ein bisschen glaube ich kann das sein alles gut hallo wir brauchen die so lange wow na schon den geschmack von destiny gekommen ne ich hatte überhaupt noch gar keine zeit dafür das muss ich auf jeden fall morgen machen das nützt alles nix ich bin bisher auch alleine um da durch arschlochvogel da nimm dies und das und das war alles ach da ich bin das nächste schon mal hoch beide hoch ja da kommt ja nur runter oh ja Stump aber auf jeden fall da war es echt glück ohne scheiß nehm ich mal an oder ihr verpasst einiges ich bin unterwegs beim Fahrstuhl das spiel läuft ja nicht weg gut ich hab das jetzt auch noch nicht verpasst ich hab schon eine zeit gespielt was heißt ne zeit ich hab jetzt die erste quest mal gemacht ja ich hab nur die einführungsmission gespielt äh fertig zu mehr bin ich noch nicht gekommen richtig also müsst ihr jetzt auch auf der erde sein beziehungsweise haben sie es in außen posten jetzt gestern und vorgestern war ich zu krank da konnte ich gar nicht streamen ich hab bis jetzt halt diese events da jedes mal gemacht um da so ein bisschen stepper zu greifen komm gut zu liegen ich glaub der Elefant kommt ich werd's ja morgen anmerken ob der Elefant auch mit nach oben fährt nehm also aufprobieren pass auf der steigt da gleich ein und zieht am Hebel ja komm her ja genau auch nein ich hätte mich dafür oh oh wow oh oh really ähm ähm nope nope wow du meinst du warum schreist du so Hilfe Moment, ich brille mal dagegen. Dumbo. Holy moly. Er kommt da hinten lang. Mega. Weit in der Ruine. Da sind Nashörner. Ab durch die Mitte. Nicht nur das. Auch Elefanten. Ja, geil. Na klar. Alles geil. Kein Problem. Ignoriert diese Dagger. Mutti, der Mann mit dem Koks ist da. Freu dich mal, wenn es nachts ist und man dann hier durchrennt und die Tiere direkt vor allem stehen. Ja mein Junge, das weiß ich ja. Wow. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Renn weiter. Nicht umdrehen. Eine Stampede. Geh. Geh. Ich hab ne Hyena am Arsch. Oh, nicht mich verkrüppeln. Bist du... Stimmt. Morgen ist ja wieder Montag. Dummes Tier. Wow. So, wollen wir jetzt noch Bagheera töten? Ja. Bagheera. Komm. Mietekatze. Ich hab so ein kleines Problemchen. Nanananana. Uhu. Ja. Wenn es nur klein ist, dann brauchen wir ja nicht helfen. Mutti. Wo seid ihr? Wo bist du denn? Seid ihr hinten am Lager hoch oder was? Ne, wir sind recht warm. Wir sind bei der weinenden Ruine. Hä? Was ist denn da hier? Oh. Ah. Ah. Ah, ja, ja. Ist er. Hier oben. Ah, na gut. Dann klettert euch da auch hoch. Laaaaaaadidati. Ich will hier zuerst hoch. Wuhu. Ich bin jetzt da, wo es den Tanz gab. Ja, ich auch. Das sind nämlich die Masse Tiere da unten. Ja, so ein großes Stein. Steintier. Ja. Ja. Da steckt ihr ein Nashorn in der Wand. Ja. Also ich würde einfach unten ran vorbeigehen. Wollt ihm auf den Arsch hauen. Und dann kamen andere. Das Steintier ist jetzt gleich beim Turm oben. Jetzt ist es oben. Und geht wieder runter. Äh, hier ist auch so ein Steintier. Aua. Wer bist du denn? Das sind so. Das geht da so die ganze Zeit. Warum steckst du mir einfach dein Speer hinten rein? Bist du doof oder was? Der ist die ganze Zeit hinter dir her gelaufen. Ich dachte, das sei jetzt jemand von uns. Oh nein. Ich bin gleich down. Was ist denn das denn scheiß hier? Was will der denn von mir? Wo ist denn das hier? Kenn ich noch gar nicht. Da unten. Nimm den Knüppel und. Nimm den mit. Das ist ein Kämpfer. Stupe 3. Ich brauch den. Ich bin hier gar nicht. Au shit. Jetzt kann er mit sich. Müsst du auch da runter? Ich hab keine Pfeile. Äh. Wir sind eigentlich zum Fluss. Ja. Der ist hier. Ja. Und der wird da auch bleiben. Ja. Der geht da auch nicht weg. Genau. Das ist nicht so schnell. Ich geh jetzt mal in den Fluss rein. In den Fluss rein. Wow. Direkt. Ja genau. Komm doch gleich ganz rein. So kühlt ab. Achso. Hier unten ist nicht mehr so heiß. Au. Oh Gott. Wow. Ich hab schon wieder so 2 mm life. Achtung. Da ist ein Koko hinter dir. Ja. Das kriegen wir hin. Ne. Ich bin fast tot. Ich bin ein One-Hit-Wonder. Ja. Das war ich gestern auch häufig genug. Wow. Wow. Synchronfest. Klammern. Oh man. Es ist tot. So. Mit dem Ausweichen klappt das eigentlich ziemlich gut. Vor allem ist das schwer schön. Mit der Reichweite. Der gefällt mir sehr. Damit hatte ich hier der andere ja auch schön von hinten gepiext. Ah. Noch eins. Aua. Aua. Uh. 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 So ähm. Diesmal gehen wir einfach Richtung Süden. Von hier aus. Okay. Dann haben wir ein bisschen eine andere Strecke als vorhin. Sind wir alle da hier? Sind wir alle da? Ja. Sind wir alle da? Eins. Drei. 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 Vier. Alle da. Kraftzahl. Uh. Fünf. Moment. Ah. Hast du denn einen Freund wieder mitgenommen, der vorhin die ganze Zeit wieder her gelaufen ist? Aber wirklich die ganze Zeit läuft hinter der Herr. Hat dich nicht erreicht. Und ich dachte das ist einer von uns. Ach ne da vorne ist doch das wo es so heiß ist. Ah. Voll die weg du Grolle. Yeah. Wie machst du die denn? Äh. Einen mit Alt. Okay. Die ist ganz praktisch. Ganz nach rechts und nach hinten rollen. Nach vorne geht nicht. Wir haben gar keinen Purzel baum. Der kann nur die schweren Sachen. Ja wir haben so Wolverine Finger deswegen können wir auch so gut die Berge runter klettern. Ah nice. Wo seid ihr jetzt? Hier unten am Fluss. Ach da. Unten am Fluss. Äh. Ja. Schöner Kinderführer. Mehr oder weniger. Zumindest perfekt für Kinder auch Einträume zu bekommen. Ja das stimmt. Achtung äh. Jene. Äh. Die sind ja nicht gefährlich. Da habe ich keine Achtung vor. Die wollen ja schon nicht gefährlich als wir äh noch nicht ausgerüstet waren. Außer wenn es viele waren aber. Sind das hier Alois? Äh. Sieht so aus? Die mit den dickeren Blättern. Ne das ist Faser. Ah hier. Ja. Hier die. Ach die ist schon weg Höf. Moment. Hä warum ploppen die bei mir alle weg? Gerade einige gesammelt haben? Ja aber da müssen die ja weg sein. So wie diese jetzt. Ja ist doch geil dann gibt es direkt noch äh Faser mit dazu die wir eh brauchen. Ja. Sehr geil. Alles mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt? Ähm. Ich glaube Alois haben wir auch noch in der alten Base. Bestimmt. Mit Sicherheit ja. Wir haben ja viele sind nicht mitgekommen wo wir noch nicht wussten ob wir das gebrauchen können. Ja nun mal das wichtigste erstmal. Jetzt gehen wir schon wieder am Fluss entlang. Ja das ist ja auch der einfachere Weg zum da oben sterben war weil da ist heiß. Da können wir ja nicht einfach mitten durch hin. Aber auf dem Weg hier entlang haben wir jetzt nicht großartig viel entdeckt oder? Außer die Hand des Schöpfers da hinten. Aloe Pflanzen. Ja ich meinte jetzt dann. Wow. Oh. Boah voll der Bass auf den Ohren eben. Werden wir hier oben schon mal der Ruine auf der linken Seite? Nope. Auch das ist da wo das so heiß war ne? Ja. Das heißt von hier vorne waren wir da ja noch nich als die Ecke ja kält, Willste hoch klettern? Ich spiel mal. Oh hier fliegt'n Holzstück in der Luft. Zum Kletter hat meine Ausdauer nicht gereicht. Ich muss den Weg gehen. Ist es da oben noch zu heiß? Very hot ist bis jetzt... Trinken geht es, sonst steigt langsam die Temperatur. Extremely Hot Snail, ganz vergessen. Gut, dann bleibe ich hier unten beim Fluss. Unten beim Fluss, das ist der zweite Teil. Ja, von der anderen Seite müsste man da hingehen. Unten beim Fluss... Ohhhh. Ja. Ihr seid hier noch im Fluss? Alle im Fluss? Ich bin gerade runtergesprungen. Ja, wir sind sehr im Fluss drin. Wer ist das hier? Das ist Elgren. Elgren erkenne ich den pinken Helmen. Ja, das gefällt dir, ne? Ja. 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 Ein Stückchen weiter. Ja. Und da ist mal jemand aus dem Gebüsch gesprungen. Wow. Ja. Ja. Hier kommen wieder diese kleinen Viecher. Guck mal diese Gubbelgubbelsmonster. Gubbelgubbelsmonster. Oh, süß. Oh. Der will aber alles mal sein Speer reinstecken. Oh Gott. Ich will mal Loe hier einpacken. Ich glaub, der hat Samensaft gegessen. Bäh. Bäh. Eckerlhaft. Eckerlhaft. Hoi. Es wird dunkel. Ja. Ach nö. Es war doch gestern erst dunkel. So, Andi. Jetzt einfach runterspringen beim Wasserfall. Ja. Auf der Mauer nach Süden. Oh. Oh. Woa. Woa. Da war keine Dingens zu festhalten. Keine Dingens. Nicht. Na doch. Aber ich war doch da. Hätt sich festhalten können. Ja. Was möchte ich dich auffangen? Seid ihr schon weiter? Die haben ja hier die. Boah, wie schnell seid ihr? Ich bin grad jetzt wohnt angekommen. Was? Hast du das so lange gemacht? Ich hab mit der Wand gespielt. Ja, Wasserfälle runterklettern macht immer Spaß. Ja, ist total logisch. Ja. Wie auch sonst. Hi. Lauf jetzt nicht wieder das letzte Licht sein, wa? Boah, echt. Ich krieg immer den letzten Stein. Irgendwie. Der letzte Stein. Tisch. Wow. Was? Tisch? Wie kommst du jetzt auf dich? In mir steckt ein Pfeil. Was ist denn hier für ein Feuer? Hier ist ein Lager. Ein einzelner Typ. Ja, der andere kämpft irgendwo da unten am Wasserfall, glaub ich. Nee, der andere am Wasserfall war ich. Nee, der andere am Wasserfall war ich. Einer mit... Oh, der auch noch geschossen hat. Achso. Achso. Ja. Und da hinten ist noch ein Lager, wenn man unten öffnet. Oh. Was hat der? Eine Teerkugel und Holz. Hab ich meinen Bogen dabei? Ich hab meinen Bogen dabei, aber keine Pfeile. Wow. Lauf. Der andere jetzt da unten im Wasser. Der mit dem Bogen. Wow. Tatsache. Wer ist das da unten? Das müsste... Kann ich sein. Oh, klätt rüber hoch. Na gut. So. Der erste ist tot. Agathe, Bauer. Hä? Wo hab ich denn jetzt den Pfeil stehen? Wow. Tja, cool. Brauchen wir nicht die Schmerzen schon weg. Nee, wir sind jetzt unten im Wasser. Wir haben gerade nur den NPC kaputtgekloppt noch. Ich bin mit dem Lagerfeuer hier hinten. Oh. So weit ist es gar nicht mehr, ne? Nö. Ich glaub, hier kann ich mich nicht dran erinnern. So ziemlich unten bin man da bei der Boote. Die tote Anna, Anna sitzt im Boot. Uah. Erinnerst du euch noch, als ich da mal so einen kleinen Vorsprung runtergesprungen bin, wo du runtergeklettert bist, rumiert? Ja, stimmt. Dann haben wir nicht unten tot angekommen. Na, immerhin. Okay. Ich hab's überlebt. Das waren noch schöne Zeiten damals. Ja, lang ist ja. Als wir noch klein und unerfahren waren in diesem Spiel. Äh, das ist heute Abend. Moment, der Einzige, der hier Saft produziert, bist ja du. Ich bin immer noch unerfahren. Weißt du. Kommt schon. Ich bin immer noch gar nicht rein. Ja, sonst. Ja, sonst.